Quizfrage für dieses Video. Kennst du diese 5 Tricks, um deine Vocals fetter, größer und aufregender zu machen? Na, vielleicht jetzt noch nicht, aber am Ende von diesem Video ganz bestimmt. Und weil nicht jeder alles kann, steigern wir über die 5 Tricks den Schwierigkeitsgrad von leicht bis schwer. Jetzt, hier in deinem Recording-Blog. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und weil natürlich jede und jeder die Vocals in der Musik, egal ob Rap, Chanson, ob Metal, selbst gesungen oder auch nur für Freunde gemischt, möglichst fett, groß und aufregend gestalten will. Hier mal 5 Wege von leicht bis schwer oder vielleicht besser gesagt von geht mal eben schnell bis ist jetzt doch ein bisschen aufwendiger für dich. Dieses Video wird übrigens präsentiert von mir und von meinem Premium-Bereich auf Recording-Blog.com, in dem du als Teil der Premium-Familie nie wieder alleine sein musst mit deinen Problemchen im Studio. Und zwar egal, ob Beginner oder Pro, egal, ob du viel Zeit hast oder wenig. Denn neben unzähligen wirklich ausführlichen Videomix-Tutorials und über 50 Songs zum Selbermischen, übrigens auch der Song, den wir jetzt gleich hören werden, monatliche Mix-Kritiken mit Björn, die goldenen Uhren von Holtwig Schlüter und vieles, vieles mehr, gibt es dort das für mich eigentlich absolut Wichtigste, eine aktive Community. Nämlich die Premium-Familie bestehend aus vielen netten Menschen, die sich regelmäßig austauschen über Tricks, über verschiedene DAWs, über Mix-Kritiken, über Plug-in-Schnäppchen, eigene Erfahrungen und vieles, vieles mehr. Und das Ganze gekrönt von unserem monatlichen Stammtisch, der Premium-Mix-Bar. Also sei nie wieder allein mit deinen Problemen. Und wenn das spannend für dich klingt, dann findest du hier oben oder unter dem Video einen Link, unter dem du ganz schnell Teil der Premium-Familie werden kannst. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. So, und jetzt genug Eigenwerbung. Und um dich nicht länger auf die Folter zu spannen, starten wir mal direkt mit Trick Nr. 1. Wir hören jetzt erstmal rein in den Song, der diesem Video zugrunde liegt. Der Song Allein, dass du da bist von Innig. Falls du dich für mehr Musik von Innig interessierst, findest du auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Im Moment, zum Eingang in die zweite Strophe, klingt das Ganze so. Wenn die Kälte in mir drin, selbst die Sonne nicht mehr wärmt, wenn der Weg nicht mehr das Ziel ist, warst du zu lange weit entfernt. Also schon eine ganze Menge Ambience drumherum. Die Instrumente schwirren so vor sich hin, die Stimme steht aber solo allein in der Mitte. Und wenn du in deinem Projekt vielleicht auch nur eine Stimme zur Verfügung stehen hast, dann möchte man, dass vielleicht ein bisschen mehr Breite und ein bisschen Tiefe dazukommen. Und der einfachste Weg, das zu erzielen, ist einfach ein Stereo-Delay zu nehmen, wie dieses hier zum Beispiel, was bei Cubase da mitgeliefert wird. Vor allem ein Stereo-Delay, wo man auf der linken und auf der rechten Seite unterschiedliche Delay-Zeiten einstellen kann. Habe ich hier auch gemacht. Auf der linken Seite ein kurzes Slapback-Delay schon fast, also ein Achtel-Delay. Slapback ist Achtel und kürzer vor allem. Also hier ein Achtel-Delay und hier ein punktiertes Achtel-Delay. Das heißt, das ist ein bisschen langsamer. So unterscheiden sich die beiden voneinander. Man kriegt schon mal so einen leichten Stereo-Eindruck. Und das Ganze dann im Feedback nicht allzu weit aufgerissen, hier mit 17 und 19 Prozent ungefähr. Und im Mix auch nur leicht dazugegeben. Wichtig ist vor allem, dass das Delay jetzt nicht die Zuhörer-Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dass der denkt, da ist auch irgendwas dazugekommen. Das kann passieren, wenn zum Beispiel S- und Stop-Laute dazukommen im Delay auf der linken und auf der rechten Seite. Also wenn da auf der linken und rechten Seite kommt. Das kann man begrenzen mit einem Equalizer. In den meisten Delays ist ein Equalizer eingebaut, wie hier zum Beispiel. Da kann man die Höhen beschränken, so ein rudimentärer Equalizer. Und die Bässe ein bisschen beschränken, das auf beiden Seiten. Das ist im Prinzip so ein bisschen auch der Abbey Road-Trick. Höhen und Bässe abschneiden im Delay oder im Hall. Und das Ganze dann subtil dazugemischt. Kann dafür sorgen, dass die Stimme unauffällig schon größer wird und mehr Tiefe kriegt vor allem. Und das Ganze hören wir uns jetzt mal im Zusammenhang an. Also erst ohne und dann mit. Wenn die Kälte in mir drin, selbst die Sonne nicht mehr wärmt, wenn der Weg nicht mehr das Ziel ist, warst du zu lange weit empfährt. Gib mir bitte noch mehr Zeit, noch mehr Zeit mit dir, ansonsten ist sie wert. Also sobald man es wegnimmt, wird die Stimme eindimensional, steht nur noch in der Mitte. Kann gewollt sein. Aber wenn du das Gegenteil willst, das, was wir gerade erreicht haben, dann subtil. Dieses unterschiedliche Stereo-Delay links und rechts dazugemischt. Kannst du auch mal mit den Delay-Zeiten experimentieren. Das ist der einfachste Weg im Prinzip. Bisschen komplizierter wird es im nächsten Schritt. Stereo-Delay, check. Aber im nächsten Schritt eskalieren wir das Ganze nochmal und machen jetzt etwas, was man nicht machen kann, wenn man einfach nur Effekte auf den Hauptkanal draufschmeißt. Wir arbeiten mit einer parallelen Spur. Zu dem Zweck dupliziere ich jetzt erstmal unsere Hauptspur hier mit einem Rechtsklick draufklicken. Duplizieren wird in deiner DAW ähnlich sein, wenn das nicht Cubase ist. Und dann nehmen wir mal alles weg, was wir nicht hier hinzufügen wollen. Das heißt, ich bleibe jetzt nur bei diesem Part hier in der zweiten Strophe. Hier soll die Stimme etwas fetter werden. und gehe jetzt hier, können wir noch benennen, damit wir auf jeden Fall wissen, womit wir es hier zu tun haben. Benennen ist ja immer wichtig. Deswegen nenne ich es jetzt mal Strophe 1 parallel und gehe jetzt auf den Mischer. Auf dem Mischer sehen wir jetzt erstmal, dass wir hier einfach nur eine duplizierte Spur haben. Da sind alle Plugins auch drauf. Du kannst ja auch runterschmeißen, wenn dich da was stört. Aber ich lasse jetzt erstmal der Einfachheit halber drauf. Das Delay ist auch da. Das hatte ich vorher auf der Hauptspur deaktiviert. Aber hier kommen wir jetzt zur ersten Eskalationsstufe und nehmen hier bei diesem Delay 100% vom Nassen, also vom verzögerten Signal und stellen das auf beiden Seiten ein. Also hier den Mixregler auf komplett wet stellen. Wir sind auf einem parallelen Bus und wir drehen hier noch ein bisschen den Equalizer runter, damit wir noch weniger Höhen hier in dem ganzen Teil haben. Und die Beste haben wir eh schon beschnitten und so weiter. Und können jetzt noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur dieses verzögerte Signal nehmen, sondern auch noch einen Hall drauf packen. In meinem Fall nehmen wir mal einfach, wir nehmen das Valhalla. Das kenne ich am besten. Nehmen wir einfach mal das Valhalla Vintage Verb. Kannst natürlich auch das Halbblackin aus deiner DAW nehmen. Ich hätte jetzt hier auch Revelator nehmen können oder wie sie alle heißen hier in Cubase. Ich nehme jetzt mal Valhalla. Stell das mal auf die 80s Variante. Die hat ein bisschen mehr seidige Höhen, auch wenn wir die gleich nochmal wieder wegschneiden. Nachhaltzeit stelle ich mal auf drei Sekunden. Nicht zu lang werden. Wir haben auch schon ein vorgelagertes Delay. Okay, Mixregler auf 100% stellen natürlich. Und hier dann beim High Cut wieder den Abbey Road Trick und bei dem Low Cut darauf achten, dass es nicht zu viele Höhen kommen, weil die Höhen dann auf diesem Parallelsignal würden dann wieder die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf sich ziehen. Wir wollen ja nur Tiefe generieren und nicht Aufmerksamkeit. Also, das schieben wir jetzt mal zu. Wir hören mal eben kurz Solo an, wie das jetzt klingt. Ich kann die ursprünglichen Sense hier auch noch ausmachen. Verzögert und Hall. Und das Ganze geben wir jetzt mal im Mix dazu, denn die Entscheidung soll man ja immer im Mix treffen. Also, fangen wir mal ab. Wenn die Kälte in mir drin Selbst die Sonne nicht mehr wärmt Wenn der Weg nicht mehr das Ziel ist Was du zu lange weitem zehrt Gib mir bitte noch mehr Zeit Wenn du ganz sicher gehen willst, dass du keine Höhen tatsächlich auf diesem Signal hast, sondern wirklich nur dieses mittige Nachgehalle, dann kannst du noch einen Equalizer dahinter packen. Ich mache das nochmal kurz schnell. Wir nehmen den Studio-EQ der Einfachheit halber und schneiden hier mal eben mit einem Low Cut und mit einem High Cut jede Menge weg, sodass wirklich von den Höhen nichts mehr übrig ist und dass wir wirklich nur noch so ein ziemlich mumpfiges Signal haben hier. Gehen wir mal runter hier mit der Frequenz. So, mal gucken, was noch übrig bleibt hier von unserem Signal. So, und das schieben wir jetzt mal dazu nochmal. Einmal nochmal, dann haben wir es testweise gemacht. Die Eskalationsstufe 2 Wenn die Kälte in mir drin Selbst die Sonne nicht mehr wärmt Wenn der Weg nicht mehr das Ziel ist Was du zu lange weitem zehrt Gib mir bitte noch mehr Zeit Noch mehr Zeit mit dir Also die Stimme wird irgendwie, kriegt die Tiefe, wird ein bisschen größer, breiter und gerade in so einem ruhigen Part kriegt sie einfach eine Dimension hinzu, die man mit Doppelungen wahrscheinlich auch hinkriegen würde. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir keine Doppelungen vorhanden haben. Deswegen Eskalationsstufe 2. Trick Nummer 2 auf jeden Fall schon mal check. Und als nächstes gehen wir jetzt auf die nächste Eskalationsstufe. Wir steigern den Schwierigkeitsgrad. Für Trick Nummer 3 brauchen wir nicht mehr eine duplizierte parallele Spur, wir brauchen 2 und die fährt mir jetzt erstmal an. Also klicken wir hier wieder auf unsere Hauptspur drauf, wählen hier einmal duplizieren, wählen hier zweimal duplizieren und nähen die Spur jetzt hier einmal links und einmal rechts, damit wir hier auch wieder in der Nomenklatur direkt gleich bleiben und können jetzt hier folgendes machen. Wieder alles weglöschen, was wir nicht brauchen. Und jetzt kommt folgendes. Die Idee ist, dass wir dieses Mal 2 Spuren haben dupliziert, die wir erstmal nach links und rechts außen schieben. Machen wir mal kurz, die eine Spur kommt im Panorama nach links und die andere Spur kommt im Panorama nach rechts. Und wenn man die beiden zusammen abspielt, dann ist erstmal nichts weiteres passiert, außer dass die beiden eben wenn die Kälte in mir drin genauso klingt selbst die Sonne nicht mehr wärmt wie die Hauptstimme. Letztendlich erstmal nichts passiert, aber wir gehen nochmal zurück zu unseren beiden duplizierten, denn der Trick ist jetzt, dass wir die linke und die rechte Seite gegenüber dem Hauptsignal ein bisschen verstimmen. Das heißt, ich markiere hier einfach mal beide und kann hier oben in Cubase jetzt einfach bei feiner Abstimmung einfach mal 20 Cent abziehen. Ein Halbton sind 100 Cent und wenn wir jetzt mal hier so irgendwas zwischen 10 und 20 Cent abziehen, dann ist erstmal weiterhin wieder nichts passiert. Wenn ich jetzt Solo abspiele, wenn die Kälte in mir drin klingt es gefühlt wie vorher, aber wenn ich jetzt die Hauptstimme dazugebe, wenn die Kälte in mir drin selbst die Kälte fängt es ganz übel an zu phasen. Das heißt, das Ganze schwimmt schon, aber ist nicht groß und Stereo geworden. Und der Stereo-Effekt kommt jetzt erst dadurch zustande, dass wir bei der einen von unseren beiden duplizierten Stimmen jetzt hier die Phase drehen. Ich drehe einfach mal die Phase. Du siehst, die Wellenform wird sich dann hier genau spiegeln um 180 Grad. Ich mache das mal an. Wir müssen nur bei einer Seite die Phase drehen. So, also eine Seite ist ganz normal mit der Phase, die andere ist um 180 Grad gedreht. Und dann passiert nämlich Folgendes, wenn man beide abspielt. Ich drehe nochmal die Phase zurück und dann hörst du es. Also erst ohne gedrehte Phase. Wenn die Kälte in mir drin selbst die Sonne nicht mehr wärmt springt das Ganze irgendwie komplett aus der Mitte raus und wird dünn, phasig und hat den großen Vorteil, falls dein Song irgendwann mal irgendwo in Mono abgehört werden sollte, dass die beiden sich gegenseitig auslöschen und mit dem Rest des Signals nichts zu tun haben, es also nicht stören. Aber wenn wir jetzt das Hauptsignal dazugeben wird die automatisch größer, wenn wir es hinzuschalten. Und das Ganze machen wir jetzt mal im Mix natürlich wieder. Das heißt, wir schieben die beiden jetzt mal dazu. Ich ziehe mal den Fäder hier runter, das Solo aus und jetzt schieben wir es mal nach Geschmack dazu. Wenn die Kälte in mir drin selbst die Sonne nicht mehr wärmt Wenn der Weg nicht mehr das Ziel ist Warst du zu lange weit im Pferd Gib mir bitte noch mehr Zeit Ich halte mal auf Mono das Signal Noch mehr Zeit mit dir Ansonsten ist sie wertlos Bleib noch ein bisschen Vorne Wenn die Kälte in mir drin Selbst die Sonne nicht mehr wärmt Also wir verstimmen die beiden Stimmen gegeneinander Drehen bei der einen die Phase Verschieben sie natürlich im Panorama nach links und rechts außen Und dann schieben wir das nach Gusto dazu Und es ist wieder einer der Effekte Wenn man sie wegnimmt, wird die Stimme klein Wenn man sie hinzufügt, wird sie groß Ein weiterer Trick, bei dem man eskalieren kann Aber wir können noch mehr In Trick Nummer 4 Für den nächsten Trick habe ich wieder mit zwei parallelen Spuren gearbeitet Aber dieses Mal nicht mit vorhandenem Audio-Material Sondern ich habe selbst zum Mikrofon gegriffen Ich habe mich hingesetzt Es habe aufgenommen, aber keine Angst Du brauchst für diesen Trick nicht Der weltbeste Sänger der Welt zu sein Und eigentlich auch nicht der Sänger von der Band Oder die Sängerin von der Band Sondern das Einzige, was du können musst Ist flüstern Und genau das habe ich auch gemacht Mit dem Mikrofon einfach zwei Flüsterspuren aufgenommen Und die klingen wie folgt Allein, dass du da bist Rettet mir den Tag Stell schon fest, wir sind an einer anderen Stelle Wir sind hier im Refrain vom Song Und ich habe diese beiden Flüsterspuren aufgenommen Die sind natürlich sehr, sehr leise Deswegen habe ich die erstmal bearbeitet Und zwar massiv Wir eskalieren ja hier Stück für Stück Das heißt, ich habe hier erstmal Mit einem Equalizer Mit einem Equalizer Mit einem Kompressor dafür gesorgt Dass das Signal wirklich stark komprimiert wird Damit wir kaum noch irgendwelche Peaks haben Und so weiter Und damit das Ganze auch ein bisschen Charakter bekommt Habe ich den Black Valve genommen Der hier bei Cubase dabei ist Ein Kompressor Aber ein Röhrenkompressor Der auch einen Drive-Regler hat Und den habe ich richtig scharf angefahren Wenn wir den mal aktivieren hier Dann können wir mal gucken, was passiert Aktiviert ist er schon Der macht aus dem ursprünglichen Signal Das hier Allein, dass du da bist Starke Kompression hier Bis 16 dB wird rausgenommen Haltet mir den Tag Allein, dass du da bist Aber du hörst Vom Mund sind noch viele T und K Soweit dabei Deswegen habe ich hier in der nächsten Stufe Dann einen Transient-Designer genommen In diesem Fall von Steinberg Den, wie heißt der? Envelope-Shaper, genau Und der schleift jetzt vorne alle Attacks ab Das heißt, alle scharfen Ks, Ts Sonst was irgendwie Werden rund geschliffen Sodass die nicht mehr Teil des Audiosignals sind Das klingt dann so Allein, dass du da bist Rettet mir den Tag Es ist eben nicht mehr Rettet mir den Tag Sondern rettet mir den Tag Ich soll ja nur unterstützen an den Seiten Als nächstes dann ein Deesser Weil auch die S-Laute soll nicht stören Du siehst, ich räume hier extrem auf Und habe die beiden Deesser hier draufgepackt Auf die beiden Spuren Damit wir daraus dann das Allein, dass du da bist Auch starke DS-Arbeit Rettet mir den Tag Sodass im Prinzip nur noch das rhythmische Rauschen übrig bleibt Was meine Stimme dann produziert hat Das Ganze dann geroutet auf einen weiteren Bus Und auf dem Bus gehe ich auch nochmal mit einem Equalizer zu Werke Also hier erstmal die Besser weggeschnitten Die Mitten bei 500 Hertz weggeschnitten Die Höhen Alles, was auffällig sein könnte Rauspieken könnte und so weiter Und dann nochmal mit einem Deesser gearbeitet Hier den Deesser draufgepackt Der weiter Deessen darf Dann ein Noise-Gate Was zwischen den gesungenen Zeilen auch aufräumen soll Letztendlich hätte ich das auch freischneiden können Habe das aber mit einem Noise-Gate gemacht Und im Schluss dann noch hier einen Hall draufgepackt In diesem Fall jetzt den Roomworks von Steinberg Geht natürlich jeder andere Hall auch Wir haben ja gerade mit dem Valhalla schon gearbeitet Und damit wird dann aus unseren beiden Links und rechts gepannten Eingeflüsterten Stimmen Wird folgendes Was mal laut hier, damit du es auch hören kannst Ich glaube, ich muss das Gate nochmal ein bisschen genauer einstellen Aber fürs Zeigen reicht das jetzt auf jeden Fall Wie gesagt, ich hätte es auch freischneiden können Wir schieben das jetzt mal zu unserer Hauptstimme dazu Also Solo aus, los geht's Allein, dass du da bist Rettet mir den Tag Allein, dass du da bist Mit deiner schönen Art Und ich wünschte Ohne Hall Die Zeit vergehe nie Für jeden Moment Mit Denn ich genieße sie Einmal Allein, dass du da bist Rettet mir den Tag Allein, dass du da bist Alle Tricks, die ich dir bisher gezeigt habe Waren jetzt in ruhigen Parts Das funktioniert aber auch einwandfrei Und vielleicht mit einer etwas höheren Dosis Auch in Teilen, wo richtig was los ist Wir gehen jetzt nochmal für den fünften Trick rüber Zu einem Teil, wo richtig was los ist Aber da greifen wir jetzt mal richtig rein Beim fünften Trick drehen wir jetzt nochmal Virtuell am totalen Rad Und zaubern schöne professionelle Höhen Oben auf unsere Vocals drauf Aber kleiner Disclaimer vorneweg Dieser Trick kann süchtig machen Und wenn du im oberen Register Nicht mehr ganz so gut hören solltest Dann halte ich lieber ein kleines bisschen zurück Anstatt zu viel reinzudrehen Von Frequenzen, die du vielleicht schon Gar nicht mehr hören kannst Weil du wie ich vielleicht schon über 50 bist Also vorsichtig sein Das Ding macht wirklich süchtig Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip Isolieren, komprimieren, kontrollieren Und dann noch ein bisschen verzerren Und dazu mischen Was ist damit gemeint? Wir isolieren zunächst die Höhen Dann werden diese stark komprimiert Damit die Höhen wirklich ganz kompakt An ihrem Platz bleiben Dann werden sie nochmal kontrolliert Mit einem Transient-Designer Der dafür sorgt Dass sämtliche Transienten abgeschliffen werden Damit auch keine Tiss und Kiss Noch in den hohen Frequenzen durchschlagen Und dann verzerren wir noch ein kleines bisschen Das Ganze geht, indem wir diesen Kanal Ich habe hier mal die Hauptvocals drauf Indem wir die einfach erstmal Die kompletten Hauptvocals Auf einen Bus schicken Der heißt in diesem Fall Vox High Und der Vox High ist jetzt mein Kanalzug Mein Bus auf der rechten Seite Hier im Mixer Mit dem ich jetzt die Bearbeitung vornehme Du siehst, dass hier schon einiges An Plugins drauf ist Genau nach den Prinzipien Die ich gerade gesagt habe Also zunächst einmal Wird auf diesem Bus Das Signal, was da reinkommt Isoliert Und zwar wird das reduziert Auf diese Höhen Wir haben hier einen High Shelf Nein, einen High Pass So nennt man das Einen Low Cut oder High Pass Also die Höhen werden auf jeden Fall durchgelassen Die Bässe werden abgeschnitten Alles unterhalb von 6 Kilohertz Wird hier in diesem Fall Mit einer relativ weichen Kurve abgeschnitten Sorgt auf jeden Fall dafür Dass von unserem ursprünglichen Signal Nur noch das hier übrig bleibt Ohne den Equalizer Ist nicht mehr so ganz so viel Aber als nächstes Damit es auch ein bisschen lauter wird Danach und kontrolliert wird Habe ich direkt einen Kompressor draufgepackt In diesem Fall ein 1176 Der richtig zugreift Hier im All-Button-Modus Ist der eingestellt Der soll also richtig arbeiten Schnelle Attack-Zeit Schnelle Release-Zeit Und dann so eingestellt Dass der volle Pulle komprimiert Und dabei dann aus diesem komprimierten Signal Folgendes wird Und bei Rettet und Tag Kann man es noch hören Da sind auf jeden Fall noch Transienten da Die möchte ich abschleifen Also habe ich im nächsten Zuge noch Für die Kontrolle Dann einen Envelope-Shaper genommen Der hier bei Cubase mitgeliefert ist Bei dir könnte es ein Transient-Designer sein Oder irgendwas Achte auf jeden Fall Dass du mit dem Attack Dass du die Attack runterfährst Dass sie ganz weich wird Und aus T Dann nur noch ein weiches D wird So sorgen wir dafür Dass die Transienten In diesen höheren Bereichen Die wir jetzt isolieren Dass sie nicht durchschlagen Und zu stark werden Kann man natürlich danach Noch mit dem Deesser kontrollieren Aber jetzt erstmal Einfach nur unter Kontrolle bringen Mit dem Envelope-Shaper Und ich zeige dir gleich Das komplette Ergebnis Natürlich was dabei rausgekommen ist Als nächstes noch einen Verzerrer Den ich draufgepackt habe In diesem Fall der Quadrafass Oder Quadrafass Von Steinberg Der hier mitgeliefert wird Einfach hier in den höheren Registern auf Tube gestellt Also auf Röhrenverzerrung Bisschen reingedreht Und wir hören uns gleich mal Den AB-Vergleich an Und dann habe ich Im guten Schluss Noch einen Hall draufgepackt Sodass die Höhen Die wir jetzt rausgeschält haben Dass die noch in einen Hall Reingeschoben werden Das ist optional Deswegen lasse ich den nochmal aus Wir hören jetzt zunächst einmal Was hier passiert Mit unserem Signal Damit du mal genau hören kannst Was eigentlich aus dem Ursprünglichen Signal geworden ist Wenn alle Plugins Die ich hier gerade gezeigt habe Angegangen sind Also los geht's Allein dass du da bist Jetzt alles an Oh ja Mit dem Hall drauf Den ich hier so eingestellt habe Dass er ungefähr Zwei Sekunden Hallzeit hat Dass er im Mix Eben nur zu 30 35, 40 Prozent Zugemischt ist Musst mal gucken Was für dich passt Und wo ich natürlich auch hier Mit dem High Cut Und dem Low Cut Dafür gesorgt habe Dass die Frequenzen Nicht zu stark durchschlagen Die wir jetzt hier In den Hall reinschicken Mit dem Hall klingt das Ganze so Und wie immer bei Parallele Bearbeitung Dann wird das jetzt nach Gusto hinzugeschoben Aber wie gesagt Vorsichtig sein Kann süchtig machen Ich ziehe den Fader runter Stell das Solo aus Jetzt drehen wir mal drauf HB-Vergleich Mit deiner schönen Art Und ich wünschte Die Zeit vergehe nie Frieden Moment ein Höhen die süchtig machen können Deiner Experimentierfreude sind hier auf jeden Fall Keine Grenzen gesetzt Aber das sind fünf Echt harte Tricks Oder? Diese fünf Tricks Sind natürlich noch lange Nicht das Ende der Fahnenstange Denn neben den Vocals Soll ja zum Beispiel Auch der Bass Immer stabile Mix stehen Und wie du das hinbekommst Das verrate ich dir In diesem Video Da sehen wir uns dann Bis die Tage Mach's gut Und Yasu